Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lux, Tiny. Torture. Willst du nicht du spielen? Nee, das hast du beim letzten Mal so wunderbar erledigt da unten mit den Herzen, als wir die Flugeinlage hatten. Da bist du auch wunderbar wieder hochgekommen. Aber ich will nicht. Du hast keine Wahl. Nee. Also ich kann gerne wieder runterfliegen, so ist es nicht. Nach runterfliegen, ja, das kann ich ja. Guck. Achso. Na dann mal das kann ich. Okay. Wobei das Laden jetzt gerade nicht hätte sein müssen. Immerhin kannst du ja auch ohne Probleme, ähm, ja, dich dort nochmal aufladen mit dem Herz. Das geht aber schnell. Ich denke, wir sollten vielleicht vorab nochmal schauen, wobei, nee, wir haben 62 Münzen haben wir bereits. Braugen tun wir aber 100, oder? Äh, genau. Oder waren es hier? Nein, nein, hier waren es tatsächlich auch die 100. Ah. Ähm, wer hätte es gedacht? Übrigens, es war tatsächlich, glaube ich, noch nicht mal so verkehrt, dass du das nochmal eingeblendet hast. Denn, ähm, ja, es ist ja jetzt für die Zuschauer auch nochmal ein neuer Part. Die müssen ja auch erstmal wieder drauf kommen, was wir jetzt eigentlich im letzten Part hatten, machen wollen. Ja, für die ist es nur leider Gottes nur, nur eine Woche her. Äh, ja, unsere Aufnahmepause war etwas länger. Ich hätte nicht gedacht, dass es 24 Tage ist. Ich habe ehrlich gesagt, oh Gott, ich habe es nicht gedacht. Dementsprechend haben wir jetzt gerade keine Ahnung mehr eigentlich. Also wir haben vorher eine Bestandsaufnahme kurz gemacht. Ja. Die war aber auch wieder nötig. Ja, und hoffen auch, dass es stimmt, weil wir haben ein Video angeguckt. Ne. Wenn ich hier die Boxen sehe, ich glaube, die Münzen brauchen wir draus. Ja, da hatten wir das letzte Mal noch diskutiert, ob wir die Boxen benötigen oder nicht. Ich sagte ja. Okay, die schon mal nett. Äh, außerdem wäre es vielleicht sinnvoll, nicht gerade bei der vordersten Box zuerst zu starten, sondern sich von hinten nach vorne durchzuarbeiten. Ja, exakt. Oh, ich habe was zu sehen. Ah, da war doch gerade irgendwo eine gelbe Box. Ja, wo ist denn die Box hin? Welche gelbe Box? Ja, genau. Ne. Da oben ist ein, ähm, eine Steininsel, ja. Aber das ist keine Box. Ach ja, da war ja das Thema. Ja, einfach wieder reinkommen. Das ist natürlich wieder toll. Äh. Ah. Wie ihr euch eben gesagt habt, also die letzte Aufnahme ist auch tatsächlich schon etwas länger her. Ähm. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass diese ganze Arbeit hier mit den Boxen nicht komplett umsonst ist. Ich hätte nämlich eigentlich schon erwartet, dass hier irgendwie Münzen drin sind. Ich. Ja. Oh, Bella. Andere Seite. Also, wenn ich jetzt nochmal richtig rechne. Da unten drin sind acht goldene Münzen. Ja. Die wir mit der Kraft der Liebe, äh, in unsere Gewalt bringen dürfen. Ja. Acht mal sechzehn, dann kommen wir aber auf jeden Fall noch nicht auf die hundert. Äh, acht mal zwei sechzehn, dann kommen wir nicht auf die hundert. Nein, leider nicht. Und das heißt, irgendwo fehlt Münzen. Ja. Aber halt die Frage, wie. Okay, pass auf. Ich probiere jetzt mal ganz kurz. Aber das sieht mir nicht danach aus, als würde ich hier... So. Mir wurscht. Nicht einmal nicht ab. Nicht mal. Ah. Okay, ne, dann mal dafür bin ich geeignet. Ähm. Okay, ansonsten hätte ich gefragt, was dagegen spricht, die Kamera hinter Mario zu setzen. Dann siehst du ja, wie versetzt die Kisten sind. Ja, aber dann kann ich die weiterhin einschätzen. Ähm. Also ich. Die Distanz. Ähm. Da wir ja eh mit Selbstsatz arbeiten, würde es Sinn machen, trotzdem einmal in diesen Gerade da reinzuschauen, ob da vielleicht auch noch ein, äh, Gold-der-Münzschall da irgendwo ist, den wir bislang erfolgreich... Es sieht aber nicht so aus, ne? Naja, die einzige... Äh. War da nicht die Röhren? Ja. Aber ich hoffe auch nur die Röhre. Weil da kommst du zwar einmal rein, aber nicht mal raus. Okay, geklärt. Das heißt, es muss wirklich irgendwo noch irgendwas sein. Müssen halt nur nicht wo, ne? Das ist die große Problematik gerade, ja. Ähm. Habe ich die Boxen da hinten? Ich glaube, die hast du versucht, aber für nicht tauglich befunden. Ah ja. Aber hier ist auch nichts mehr. Also ich meine, so riesig ist die... Die Müssen hat eigentlich auch eine einigermaßen große Render-Distance, oder? Ähm, ja, ähm, ja, äh, ja... Einigermaßen. Ja. Ja, 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 ja. Also wenn ich sie im Gerade-Rendern sehe, dann sollten wir es eigentlich, wenn... Nö, ich habe die Boxen alle noch nicht probiert. Ich glaube, du hast sie probiert, aber dann selbst nicht geladen. Äh, stimmt. Sorry. Stimmt. Also du kannst gerne nochmal probieren. Ich meine, klar, da sind Münzen drin. Die Frage ist nur, ob du auf die Münzen zugreifen kannst. Andere Frage. Reichen uns 15 zusätzliche Münzen? Äh, jetzt dürfte man nicht von einem Arbeitstag kommen, wo das ganze Hirn einfach nur noch Käse ist. Ähm, aber ich glaube, nochmal 10, 72, 5, hätten wir 77. Ja, es reicht. Reicht? Dann müssten wir aber... Nein, es reicht nicht. Also ja, ich kann Münzen draus ziehen jetzt. Ah, warte. Warte, wie ging das? Also in jeder von dieser Kisten sind 5 Münzen, richtig? Ja. Okay. Dann fehlen uns 7. Ich hab's doch gerade gepackt. Wäh. Hm. Hätte man das Ganze vielleicht nochmal von diesen zwei anderen Kisten starten sollen? Das wird jetzt eine Aufgabe, ey. Sag mal. Da hat mir Leute gemeint, das wäre ein Wunder. Das hätte angeblich noch keiner geschafft. Oha, nein! Darum ist eine Box. Okay. Da müssen wir dann auf jeden Fall noch an die 7 Münzen kommen, oder? An die Minimum 7. Hm, ich glaube, da sind 10 drin. Okay. Nun weißt du, wovor ich mir gerade noch am meisten graut? Ja. Wenn wir hier die Münzen einsammeln. Und dann versuchen die... Ich spring jetzt mal kurz mit runter. Genau. Einfach mal die Silbernen Münzen dann mit einsammeln. Ähm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon ahnst, was meine Problematik ist. Ähm. Wenn der 100 Münzstern spawnt. Ähm. Beim Silbernen Münzen angeln. Ähm. Aber das kann man, glaube ich, echt nicht anders vermeiden. Ansonsten müssten wir unten die Münzen sammeln und waren dann wieder hoch. Und da hab ich jetzt recht. Kein Bock? Nee. Ich glaube, das kriegen wir, weil das ist alles vom Rand her in einer Distanz, wo man sagen kann, man kann in die Mitte zurück. Äh, von der Mitte her. Aha. Äh! Äh! Ähm... Äh... Ich glaube, dein Winkel passt so gar nicht. Waaah! Auf die Münzen muss ich scheißen. Jetzt fangen wir halt wieder mit Save-State-Slots. dass wir uns auch ja nicht ver-safe-staten. Nein! 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 Hui, willst du es brauchen? Ich fasse diese blöden Kisten nicht an. Vergiss es. Ach, ich wüsste gar nicht, wieso du das jetzt so meinst. Warum auch, ne? Ach, warte. Ah ja, ich habe gemacht. Wie viel? Ja, es sind zehn. Und die will ich aber alle kriegen. Nein! Alle, habe ich gesagt. Okay, pass auf. Wenn du da stehst, bleibst du noch mal ganz kurz auf die eine Etage, also da stehen, bleibst. Ja. Die Münzen sammelst, dann mit zwei Münzen Münzen. Stimmt. Oh, wir kriegen echter Botsamt. und sollst du mal hier wieder hinkommen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Hier gibt es nichts zu sehen. Also, ich finde es schon ganz amüsant, wie Mario immer wieder gegen die Alpha-Wand rennt. Ja, ich finde es nicht so schwierig, auf dem Glanz fliegt. Ja, ist es. Aber Ach, komm. Immer mit der Ruhe. Okay, das hätten wir. Und jetzt? Nein! Hast du die beiden noch bekommen? Ja! Okay, die eine habe ich nicht, aber die anderen zwei habe ich. Wir müssen sichern. Oh! Oh! Also, jetzt haben wir noch eine, zwei Kisten da hinten mit Münzen. Da hinten ist das alles gelesen, ja. zehn Münzen, haben wir 86. Oh, das reicht dann. Brauchen tun wir, glaube ich, 84, ne? Ja. Das heißt, wir dürfen maximal zwei verpassen. Wo ist denn maximal je eine? Oh, ich will nicht. Muss ich da jetzt wieder so hoch? Ja, muss ich. Oh, ne. Komm. Jetzt redet ich doch nie im Leben. Okay. Gebt mein Bestes. Gut, was bleibt mir auch anderes übrig? Nein, nein. Wird es hier nicht sogar Sinn machen, in die andere Richtung zu springen? Wo sind denn die ganzen Münzen hin? In die andere Richtung. Ja, macht Sinn. Jetzt müssen wir bloß noch... Jetzt müssen wir... Einer ist noch dahinter. Nee, okay. Die sind, naja, durchgerutscht. Aber es macht tatsächlich Sinn. Alle... Ja, einer haben wir nicht gekriegt. Aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich mache jetzt absichtlich hier wieder ein Zweier in Safe State. Dass wir hier schauen, wie wir da zurechtkommen. Ja, wir haben... Wir machen das aber spannend. Bei den letzten Silbernen Münzen bekommen wir dann auch unseren Münzstern. So, jetzt habe ich nur immer noch keine Lust da drauf. Vor allem, das sind doch auch nicht alle, oder? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, und eine war dahinter. Ja. Ja. Ich will noch nicht so ganz. Das ist doch beim letzten Mal so wunderbar. Ich will immer noch nicht. Ach, hab dich doch nicht so. Es ging doch so super. So, Stemma, das erste Mal hast du es gemacht. Da bin ich aber nicht hochgekommen. Ja. Einmal schon, oder? Nee, ich bin nicht komplett hochgekommen. Hm. Dann habe ich wohl... Es sah einmal nicht schlecht aus, ja. Was zum! Okay, weiß er Bescheid. Was zum! Ja! Und jetzt noch wieder... Mitte! So, das war eine. Eine. Nummer zwei. Ich, da hinten muss noch eine irgendwo sein. Ich springe jetzt mal spaßhalber. Ich habe da gerade einen... Boah! In der rechten Säule habe ich gerade... Achso. Okay, es ist wirklich eine da. Okay. Nein! Ich will da nicht voran. So, das wollte ich. Mehr nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das hat doch vorhin ne, so. Da sind zwei. Die eine wird hat. Weil, falls du dich erinnerst, ist die eine doch die gewesen an einer Position, an der wir mit der Kappel schon Probleme hatten. Ja. Und Mitte, 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 Mitte. What? Also, wenn wir mir die Flugkappe besorgen könnten, ich könnte es gerne noch mal versuchen, aber die gibt es glaube ich aktuell in diesem, in dieser Variante des Levels nicht. Tut mir leid. Oh, die ist halt echt genau da. Nein. Wow. Das war doch gerade elegant. Das war doch gerade super elegant. Sag mal. Ich gehe doch da schon mit Dings durch. So. Weil jetzt, soweit ich das sehe, ist die nächste hier. Ja. Das heißt, wenn ich mit sehr viel Schwung durchs Herz gehe, ja, also mit sehr viel Schwung so an die Seite könnten wir es packen. Okay, anders. Ich wollte gerade sagen, sollten wir nicht eigentlich erstmal bei der mittleren Säule nochmal starten? Ja. Ist nicht mal, wow, der allzu größte Shit. So, passt. Ich bin zufrieden. Ich bin jetzt erst nochmal zufrieden. hier eine, da eine und eine noch dazwischen. Probier ich das wieder an die Säule? Ähm. Ich bin gerade noch überlegen, ob nicht in die andere Richtung erstmal schlauer gewesen wäre. Warte mal, da ist doch auch. Nö, da ist eine. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja. So. Was zum? Da ist also die letzte Münze, die mir noch ein bisschen in der Rechnung gefehlt hat. Ich frage mich die ganze Zeit, na, wie viele Münzen will er da jetzt noch? Nein. Will er da jetzt noch verstecken, aber anscheinend? Ja, das ist doch schon eher was. Boah. Dad? Dann bleiben wir halt drin stehen. Ja, das Schild wollen wir ganz bestimmt nicht lesen. So, da hinten ist auf jeden Fall noch eine. Die heben wir uns für den Schluss auf, möchte ich sagen. Weil, wobei dahinter ist schlecht raus, die ist für den Schluss vielleicht noch die gescheiteste. Ich glaube, die ist die gescheiteste. Schöne. Dann schau erst mal, dass du die aus der Ecke holst. Juhu. Da müssen wir nachher dann mal anfangen. Herr Kurm. Zack. Zack. Obela. Okay. Das wäre Tatsache war etwas kniffliger. Aber ich muss da so schnell durch. Wow. frage ich dir, von wo man anfängt. Am besten so? Wollte gerade sagen, offenbar da. Oh Gott. die letzte. Letzte Münze beachten. Währenddessen kommt dann auch der 100 Münzstern. ja. Ich glaube, das ist alles über die Säule ran, oder? Wo ist jetzt die Münze gewesen? Wobei, die ist schon da. Da war. Ja, also. Die ist zu weit oben, als du so rankommst. Die Frage ist aber, ich muss doch ran. Ich probiere es jetzt, dass du den Frieden hast, oder dass man generell das mal so ausprobiert haben, die Säule. Sieht zwar minimal besser aus, aber ich komme wieder nicht ganz ran. Säule, Wand, also Bodensäule, Wand, hoch? Also, nur so bei der der Abstand zur Wand ist nur irgendein groß. Ich habe gerade nur trotz allem noch ein bisschen Bedenken, die ich äußern möchte. Wenn wir jetzt nicht beim ersten Mal solche Probleme haben, an die Woche in München da oben ranzukommen. auch da oben auf. Ich habe den Mikrofonpegel gesehen. Er war tiefdunkelrot. Das hat er auszuhalten. Ja, ja, wenn ich die Ohren wieder zuhören. Zuhörer und Zuschauer. Ach, mir wurscht. Warte, da konnte ich doch von oben ran. Ja, dann ab nach oben mit dir. Aber und denk dran, das ganze dann noch ein zweites Mal. Nächste Woche. Ciao. Ciao.